Ich würde nicht diesen Freilauf zulassen, dass im Grunde genommen die Träger die Entscheidung darüber haben, was passiert. Weil der Träger hat immer einen Eigennutz. Und der Träger, sofern er auch Einrichtungen betreibt, wird immer feststellen, dass genau das Angebot seiner Einrichtung oder seiner Einrichtungen auf diesen Fall passt. Weil er muss seine Einrichtung auslasten. Eine halbvolle Einrichtung schreibt keine schwarzen Zahlen.